Wie aufs hier alles Alon! Oder bis? Bisch dabei oder? Wieso warten wir ein bisschen? Aber gegen Darmus hab ich mir gewonnen, Liga das es so mies Ja egal, das rankt Ist meins! Jungs, Drache! Drache, Jungs! Jungs, Drache! Jartiger, so muss es! Erste Drachen. Alle Smile mit dabei Ey das hab ich schonmal gemacht Wir kommen jetzt aber mal 5ov Primal Team Da gab es noch diesen Clitch, wo die Menschen so nacheinander, wer was ist Und da haben wir so gemacht, in 5ov Primal zu machen, das alle mitlegen quasi Und dann steckt sich dieses Teil immer mitlegen naja dann schille ich mal meine passive ab die schneller gehen könnte ich bin auch ganz anders Ja, schnell komm, rein! Das wusste ich irgendwie nicht, aber das wusste ich gar nicht mehr. Ja, das ist halt ein bisschen doof jetzt, weil der Kiel war einfach, der hätte mir eh zu bekommen, dass wir ein Tauren gegangen sind. Das ist ein Ring, das ist ein Schmeihard, du darfst mich ja nicht so antauschen. Ach, Yolo. Nicht Yolo, ich auch nicht davon nennen. Genau, aber auch wenn sie ping mit ihr jetzt seid. Ähm, die hat sogar flächte, dass du mit den kommst. Jetzt geh ich mit denen, willst du, dass er den Maul hat? 100% hat er gewonnen. Okay, Marlena ist wieder da. Ah, das ist so dumm. Oh, wie ich bitte schon passe. Nee, da, oh. Also, ha, was ist das? Oh, was ist das? Das ist so dumm. Ja, du kannst dich jetzt mal, du sollst ja mal so weit zusammenkommen. Ach, du kannst dich immer, wenn ich das ausstelle. Ich bin halt noch ran, du kleine Mutter, Alter. Ähm, da kommt jemand zu dir. Doch, der kommt. Ach, der kommt doch schön. Jetzt ist es schlecht. Was ist das? Das war 38, Alter. Oh, da hat er sich gerade was fallen gegönnt. Mit so einem geilen Wort. Das ist ja 1000 Wort vor allen Dingen, Alter. Hattest du das? Nee. Läuft, der Herr ist gerade wieder extrem. Ich bin nicht. Kommt, keine Nutzer, Alter. Ich komme. Ich denke, aber ich kann nicht hier. Komm, komm, komm. Ich habe ja meine Ulti gezündet, aber da hat er mich genau in dem Moment getötet, Alter. Was ist Nachhineffינst? Ja, ich bin. Haltes Lower. hungry. Tja. Schrau. Ich hab zwei Leute auf dem Leben. Nein, die sind im Ding. Das weiß ich, was sie gerade machen. Ja gut, der war gerade horny, Digga. Sorry, das wusste ich ja hin. Weil der Darius, der war ja schon weg. Und ja, dann dachte er, er kann zu mir kommen. Warum kann man das nicht wegmachen? Dieses Pigeln, wenn man mute ist, weißt du? Das wäre geil, wenn du das wegmachen könntest. Oder dann wären die sechs. Ah, gut, sieben. Heißigen? Es gibt doch noch sechs. Ach so, die Pflanze wird auch mitgewerben. Ah, schade. Mault, oder? Von ihm. Ich bin hier gerade ein bisschen und dangerous, Tua. Ach, Hurensohn Darius wieder am Start, auf jeden Fall. Ich werde dich bestellen jetzt einfach. Wenn er mal wieder zu bekommen, Digga. Loll, ich hab Katzele... Hä? Hab ich nicht wirklich irre? Ich hab gerade irgendwas von ihm gerade unabsichtig gedocht. Alter, der Hurensohn. Alter, der Hurensohn. Wie viele Beleidigungen war ja. Ja, 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 ja. Komm, Tua Darius. Ich weiß, du willst doch auch. Ah. Ähm. Nein! Aí. Ist das Darius, Alter? Komm. Mach deine Tracks Attacke mit dem Ding, die Stötsch. Ähm. Nein, das ist dumm, dass ich kann nicht geschätzt haben gegen den Oh geil, das war doch perfekt hier Oh, einmal in einem Tower Oh leih, okay, der Tower hat den gerade eben getötet Weee Ähm Ja, ich seh's Das ist halt schon ich Darf ich mir zuerst Sonnenfeuerumhang kaufen? Ja, oder? Ich hab jetzt kapiert, was die macht, also das war geil Ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr über Items, hab so ein bisschen Items studiert, gelernt, gefickt Geil, die machen den Tower Aber ich muss noch ein bisschen drüber ran, aber Ja gut Darius hat getankt, das war jetzt ein wenig Ja, wie soll ich sagen, da können ich nichts zu machen Ja, die wollen jetzt dafür meinen Tower Mein Tower ist red Als ob die jetzt noch da weiterpushen wollen, Alter Ähm, Ding ist da, wo du gerade Mach ein Wort, mach ein Wort, mach ein Wort Ah, ich hab kein Flash Gibt's ein paar Kills zum abfahren Bisschen mitleinfahren Ähm Oh, ich brauch auch nach der Rüstung Schuhe Welche Schuhe empfängst du mir eigentlich? Ähm, so als ich Vortagig jetzt würde ich die äh, Lincha 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 Es war nicht geplant, dass der Mars halt bei mir bleibt, aber... Jetzt lauf, Gerrit, lauf! Digga, warum konnte ich nicht meine Ohren gerade machen? Uhhh, KS, Junge. Warum habe ich so Flammen gerade? Achso, das war der Ding. Warum? Du hast es auf den? Ey, da oben ist nichts hin, Alter. Ja, dann geht da hin, dann move doch. Ja, ich move doch! Soll ich auf Fliss gehen, wenn er da kommt? Er kam gerade zum... Ähm, ja. Ja, okay, das ist ja nicht so gut. Ich bodygabe dich. Sorry. Jungs, ja, ja, gut. Ja, Jungs, da solltet ihr vielleicht nicht stehen. Komm, Digga, jetzt. Lol. Ja, gut. Warte, da ist irgendeiner lange ran. Yo, er hat meine Q gedocht. Ey, da kommt ran. Ich gehe mal weg, ne? Weil es soll immer... Ja, so. Ja, okay. Die wollen nicht alle. Was war denn? Eier. Ah, fuck. Das sind die total, sorry. Das war bad von mir. Nein, ich konnte nicht hin, ey. Was machst du denn auch, Alter? Ja, nee, also ich gehe. Du kannst schwappen, aber ich gehe. Du musst weg von euch, das ist ja so in der Tat aus. Hey, wow, es liegt no body mehr. Ja. Ja. Äh, ihr beide gebot und ich getoppt. Ja, ich gehe mal nicht. Ja, ich mache zu gast, Digga. Ja, okay, gut, zu gast hat ihn gemacht, aber. Macht auch so ein bisschen, Kami-Caps, Digga. Ich habe hier sogar angehittet. Was ist denn da? Oh, cool. Okay, ich darf an meiner Sonnefeuerung singen. Alles gut, alles gut. Ich bin gerade an meiner Sonnefeuerung. Ähm, Markus? Würdest du was ausmachen? Ähm, ein paar andere. Ja, ich bin tot. Schade. Äh, warte mal, da war ich die Rückgabe und da kaufe ich mir das anwürdig. Komm, Team. Was machen die, Alter? Äh, ich glaube, die sind, äh, die sind wahnsinnig. Ja, die beide sterben. Kann ich mich da irgendwie hinzupfen? Ja. Äh, ja, das wollte ich gerade machen. Das ist ein Anderrangelchen, den soll ich zu erholen. Ah, der kriegt so das Unmengel. Also, sein Wissen ist auf jeden Fall ein bisschen angezuckt. Ijo, Digga. Ich habe immer schon das Ritze gemacht, so schlafen. Über drei, welche Lage nimmt Markus. Ja, ich zeige dich doch mal, wenn du dich hier unterschließt. Ja, das ist aber normal bei Xing-Sau. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob du bei dem Game dabei warst. Ich hatte 100 HP mit Xing-Sau. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher meinte zu kommen. Ich habe ihn einfach noch getötet. Also, mit vollem HP. Ich komme. Ja gut, ich werde es nicht da werden, was war ein bisschen verkaufen. Aber. Mach mal alle Tower einfach, aber. Na gut. Äh. So dran kommen. Straight from the underground. Ähm, Jungs, ich gehe mal zu den Sinn, ne? Ja, weg, 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 weg. Nein, komm, das ist gut. Das ist gut. Äh, die kommt zu euch, die kommt zu Ash, kommt zu Ash. Oh mein Gott, das sind einfach mehrere Leute. Ähm, Darius habe ich. Nein. Mach, mach. Nein, 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 nein. Was passiert? Wir sind mit dem Kuschale. Das kannst du jetzt erst mal holen. Das ist doch nicht. Keine Ahnung, die machen gerade. Ich meine, ich habe nur den Mauswag angepingt. Ja gut, ich gehe gerade zum kleinen Push auf der, ähm. Okay, geh raus, geh raus. Ah. Nein. 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 So, Schuhe, Ninja Boots. Okay, auf die Scheiße. Na gut, das war leicht boostet. Ich hätte noch den einen oder anderen Kill machen müssen. Äh, die laufen gerade alles Trades, so Ash. Äh, Ash, schlecht. Oh, den gucke ich mir gerade so ab, das ist der Fisch. Äh, ich gehe, glaube ich, da erst mal kurz Top-Land befinden. Mann, warum muss denn Marvin jetzt online gehen? Jetzt hat sich mein Game gerade kurz geklost. Immer dieser Marvin. Wenn der in New Play angeht, Alter, das jub ich doch nicht, Alter. Ich gehe mit Lampuschen. Ah, heisse, die Fisk ist nicht exakt. Ja, ja, so und so. Warnsatz. Alter, was war's denn nicht, die Drecksnotensöhne? Bitter, was leder mit mir. Der Lappen. Schade, da wollte ich mir jetzt auf so einen Kiel gehen. Weißt du mal, Kussi? Gernin ist einfach meine... Ja, Mann. Ich weiß, dass du mich nicht meinst, aber ich fühle mich immer irgendwie angesprochen. Ich weiß nicht, ob die nicht hören. Ähm. Oh, nicht. Ja, kann. Das ist böse. Er ist böse. Das ist böse. Bitte ohne Opa sein. Oh, ja. Geil. Soll ich mir Warburgs gehen? Ähm, schwarzes Beil, Sonnenfeuerrüstung, Geistessicht und Ninja-Tapi. Aber oder soll ich lieber Panzer des toten Mannes? Panzer des toten. Äh, Panzer. Okay. Ich hab mir zuerst das neben Ding. Ja, das ist der Feuer. Ah, die wollen dann. Nicht in meinem Leben. Er ist böse. Hm, hm, er ist böse. Hm, hm, er ist böse. Nein. Echt, da ist dein Uli raus. Ja, safe da im Busch, Alter. Ah, ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich eile. Ich use activated. Ja, gut. Ja, oder so. Komm rein, ich klär noch kurz die Ding. Weil dann müssen die erstmal wieder auf was klarkommen, auf ne Wave. Ich mein, wir können ja eigentlich zweit. Ui! Ich muss nach dem Baron aber back in. Wer ist denn da jetzt? Ich muss back in, ich hab... Gold und... Und flick. Komm wieder, ich lass zum Drachen gehen, ich geh auch. Aber ich geh, ich mach erst unten die Wege. Sauber, Markus, sauber. Sauber, so will ich sehen. Ah, geil, wir haben es gerade im Drachen bekommen. Ich push grad Botlan, gib ihr Toplan bitte, weil ich kann solo pushen. Ja, mit dem, mit dem, mit dem. Ich hab nichts ausgehend mit dem. Ja, ich push grad Botlan. Mit dem Tower, weil. Ah, ich eh nach dem Tower. Mit dem. Ja, guck mal, wenn die alle sterben, dann bringt's halt nichts dahin zu gehen. Und das ist das Problem. Jetzt gönne ich mir noch Warmox, oder? Also ich verkaufte Schild und gönne mir Warmox. Wäre das geil, oder? Okay. Ja, ne, nur, dass ich schon mal weiß, weißt, dass... Ui! Ja, gut! Ja, aber das machen wir. Okay, ein Killhammer. Ah, teach me. Tralala. Ah, mal Ding, Ding, Dong. Natürlich. Fertisch doch immer. Oh, da ist der Haare. Oh, mal Fakke raus! Ah, mal Fakke raus! Ich hab nur mit Kinnigen. Ok. Ok. Ah, ich hab nur mit Kinnigen. Ja, Leute, lasst mich mal kurz weggehen, Alter. Ich muss mal, ich muss... Okay, 2600, aber... Jetzt muss ich aber mal kurz weggehen. Und ich hab nämlich ein bisschen Gold. Marmux Rüstung am Start. Got your guts. Egal, war Wurf. Spätestens wenn mein Leben sie denkt, dass ich ausschicke. Ja, natürlich. Echt? Schreiben Sie das? Keine Ahnung, ich hab ja alle gemütet. Ich hab noch ganz geschmeide Kinnlaufen. Ich muss mir eh zuhause kaufen. Ich hab ganz gediebene 479. Oh, ich hab 248 Ding. Ich hab 13,5 9. Also ich glaub, wir brauchen kann man mich jetzt echt. Ich hab so'n Gefühl, dass sie kommen. Ich hab so'n Gefühl, dass sie kommen können. Ich hab so'n Gefühl. Ich hab so'n Gefühl. Ich hab so'n Gefühl. Okay. Ich muss da rausgehen, ich hab hier einfach so richtig laure Weben in das Leben. Was will denn da jetzt von mit den Lappen? Ich push ein bisschen Toppen, ne? Ich lach so, Alter, die flamen mich und ich... Ich bekomme die Nachrichten hier. Ich mein klar, ich darf nicht flamen, ich stehe nur 13, 5, 11. Nein, die flamen dich, dass du von der Pee bist. Das ist auch nur von der Pee, weil du warm-upst hast. Und bitte nicht in deinem Solo. Nein, ich hab nur gerade geguckt, ob da einen ist. Nur mach ich jetzt erst zusammen, okay? Ja. Kann ich schon mal anfangen? Mach ich mal? Ja. Mach ich aber schlimmer, jetzt hab ich wieder eine Hegel gucken. Ui! Komm jetzt! Oh, nee. Jetzt wollte ich den Tisch hochwerfen. Ich geh Toppen pushen. Okay. Und versuch über Toppen in den Gibi-Tur zu machen. Was wollen jetzt alle auf der Toppen? Und dann wissen wir, wir wollen ja alle pushen dann, Alter. Wahrscheinlich das nicht. Geht, ey. STRANGER Bis zum nächsten Mal.